Herzlich Willkommen zur 10. Hildesheimer Hochzeitsmesse ausgerichtet von der Eventwerk. Ich finde es schön, dass Sie trotz des Schnees willkommen sind. Das ist mittlerweile die 10. Hildesheimer Hochzeitsmesse, was zeigt, dass in Hildesheim der Bedarf vorhanden ist. Wir haben rund 800 Gäste, eine feste Zahl, die wir jedes Jahr hier in Hildesheim erreichen. Wir sind heute hier, weil ich wurde letztens gefragt, ob ich seine Frau werden will. Und ich habe Ja gesagt. Die Messe ist allgemein, um einen Eindruck zu bekommen, was es für Möglichkeiten gibt, um die Hochzeit zu vervollständigen. Ich bin die Agentur Traumhochzeit. Wir sind das DJ-Team DJ & More. Ich bin Rackville von Tortenwerke. Wir sind eine Zahnarztpraxis. Es erwartet dem Besucher ein Mix aus Informationen. Auf der Bühne kann man sich inspirieren lassen, von den Modenschauen oder von den Musikern, die hier auftreten. Wir sind das Braustudio in SOSUM. Wir bieten ein persönliches Ambiente und beraten unsere Kunden ganz individuell. Wir sind hier sehr gerne, weil es erstmal unsere Heimatstadt ist und weil wir auch für Hildesheim etwas bieten wollen. Wir haben schon viele Kleider gesehen mit der Modenschau. Das war richtig schön. Wir haben schon einige Videografen und Fotografen gefunden. Ja, wir sind schon ganz schön geplättet. Ich bin Nadine Marquardt und seit über 20 Jahren im Geschäft von der Hochzeitsfotografie. Ja, das ist eigentlich mein Steckenpferd, weil ich es total schön finde, Brautpaare von Anfang an, sprich vom Making-of bis zum Naschen an der Hochzeitstorte zu begleiten. Wir sind heute hier, weil wir uns informieren möchten, weil wir eine große Feier haben werden und weil wir einfach Spaß haben möchten. Wir haben das gewisse Etwas, die liebevollen Details, die das Ganze ausmachen und hinter jeder Gast sagt, hey wow, so möchte ich auch heiraten. Frank Wessels haben wir entdeckt, den Zauberer. Der hat uns besonders gut gefallen. Mein Name ist Frank Wessels. Ich bin Zauberkünstler schon seit über 30 Jahren und ich zauber sehr gerne auf Hochzeitsfeiern und deswegen bin ich heute hier auf der Hochzeitsmesse. Dann war es so, dass wir noch keine Blumendeko haben. Da gab es ja auch verschiedene Angebote und ja, gutes Angebot, wo man sich informieren kann. Unser Unternehmen ist das Butchies Catering. Das betreiben meine Frau und ich seit 20 Jahren. Und wir sind hier auf der Messe, weil wir uns hier auch mal neu präsentieren wollen, im neuen Gewand. Wir sind ein Hildesheim-ansässiger Herenausstatter, der also komplett für den Herren da ist. Von der Unterhose bis zum Hochzeitsanzug. Also wo man drauf achten sollte und das Wichtigste beim Body ist eigentlich die Frontansicht. Das ist so der obere Drittel des Sakkos. Und wenn das ordentlich geschnitten ist und gut sitzt, dann sitzt der ganze Anzug. So sieht der ganze Mann auch gut aus.